Hier, meine Hand über seinen Ellbogen, gehe ich hier und schalte, okay? Ich könnte aber einfach nur meinen Ellbogen hier rein und greife. Armband. Okay? Hier, höher. Ich bokeh jetzt mein Knie. Hier. Armband. Oder? Hoch. Bumm. Ich drehe mich um. Gehe ein bisschen hier, aber es ist schwierig. Ich greife hier, mache ich Armband. Okay? Aber machen wir nicht, machen wir nur den Armband vom Stand und den Dreher, okay? Das wird. Jetzt damit. Ich greife über seinen Ellbogen. Ich gebe jetzt meinen Knie hier. Okay? Greife über seinen Ellbogen. Greife hier. Okay? Oder? Einfach über seinen Ellbogen. Ich greife und ich drehe mich um da. Bumm. Bumm. Habe ich mal kurz Zeit. Okay? Bumm. Bumm. Habe ich mal kurz Zeit.